hallo meine lieben freunde mary chrysler an alle freunde frohe weihnachten ich melde mich mal zu wort zur weihnachtszeit wollen euch allen liebe und frohe weihnachten wünschen jetzt hier am letzten tag heute noch viele machen das ja immer am 24 vom terst gibt das jetzt am 26 am zweiten weihnachtstag also ich hoffe ihr hatte bisher eine schöne und geile weihnachtszeit mit der familie macht euch heute noch mal einen schönen letzten weihnachtstag ich habe noch mal so ein paar dinge quasi anzukündigen weshalb ich mich auf diesen wege hier zu wort melden möchte und zwar folgendes freunde wir haben jetzt in der weihnachtszeit alle gefressen gefuttert familie und co da war es um mich ja sehr ruhig ich habe mir auch mal eine auszeit gegönnt ein bisschen und heute möchte ich wieder loslegen und zwar geht es heute nämlich richtig los mit einem 24 stunden stream ja ihr habt ja das abgoal quasi erfüllt mit dem 24 stunden stream letztens war das und ja das machen wir heute heute start der 24 stunden stream stream logischerweise in morgen rein ja und also in den montag war sie und ja werden dann so gegen heute ging circa 20 uhr denke ich mal rum plus minus ihr kennt das ja immer ne paar minuten werde ich online kommen wir werden dann halt bis morgen zur gleichen uhrzeit an als stream also 24 stunden haben dann quasi ein timer laufen wo ihr die zeit immer seht und machen gleichzeitig einen sabaton ja so jetzt werdet ihr denken das erste was ist denn sabaton der ein oder andere würde schon kennen ich habe auch schon mal gemacht im september war das also vor drei monaten und zwar sieht dazu aus ein sabaton ist quasi eine möglichkeit wenn die leute supporten den streamer ja die stream dauer zu verlängern das sieht dann im endeffekt so aus ich mache jetzt in 24 stunden stream da laufen 24 stunden runter und wenn jetzt jemand auf die doofe idee kommen sollte währenddessen rein zu haben dann würde der stream sich um vier minuten verlängern also ein sab verlängert den stream um vier minuten 100 bits verlängern den stream um eine minute und ein euro verlängert den stream auch um eine minute ja so ja ist einfach so eine möglichkeit quasi den leuten wenn die jetzt schon rein haben und einen supporten den so ein bisschen ja wie sagt man so ein bisschen entertainment so ein event quasi zu liefern also wer bock hat zu supporten vielen vielen dank schon mal weil sie sehr zu schätzen alles auch das ja jetzt das war mega krass in der watte abgehen auch im letzten sabaton und so also das ging ja ziemlich wir waren glaube ich eine woche live oder so ne ja ich bin mal gespannt wie das jetzt abgehen wird was passieren wird ich weiß natürlich im vorhinein nicht kann natürlich auch sein hat gar keine sau da bock drauf hat natürlich auch mal die gefahr aber letztes mal fandet ihr dann auf jeden fall ziemlich geil deshalb dachte ich mir kommt tabi ist im urlaub machst du nochmals haben spontan ja so also genau also ein sap verlängert den stream um vier minuten 100 bits um eine minute und ein euro um eine minute ja wir stream maximal bis zum 31 12 also quasi bis silvester um 14 uhr um ja also 31 12 bis 14 uhr ist so eigentlich so meine deadline sind wir ganz ehrlich ich glaube eh nicht dass das quasi also hat wer also ist nur worst case quasi also die deadline halt ja man weiß nie was passiert aber so wie es halt im moment aussieht es ist im moment ein bisschen ruhiger auf dem kanal und so denke ich nicht das hat auch dass das also das passieren wird dass die leute da so krass reinhalten dass wir so lange online sind aber vorher einfach mal der vollständigkeit halber gesagt die fünf tage sind wir online maximal also bis zum 31 12 14 uhr da ist dann deadline weil sind wir ehrlich silvesternacht da guckt kein schwein zu und sind drauf werdet schon wenn ich zur silvesternacht stream würde so weiß ja da will ich dann schon mal auch mal mit freunden und so ne auch was machen so genau also das ist soweit schon mal geklärt ne 31 12 maximal 14 uhr aber ja sind wir ehrlich das wird eh nicht passieren so ne ich denke mal je nachdem wie die leute bock haben leicht ein tag ein zwei tage oder so obendrauf das wäre realistisch maximal das wäre schon krass aber die ganzen fünf vollen tage denke ich eh nicht aber wollte ich einfach vorher gesagt haben so erst 24 stunden und dann genau also die 24 stunden stream war durch da werde ich auf jeden fall nicht pennen und dann nach den 24 stunden muss ich natürlich auch pennen gehen also je nachdem wie viel zeit da noch auf uhr ist werde ich halt on stream pennen und ja das ganze dann halt film mit der kamera und dann läuft der stream weiter weil ich kann natürlich nicht mehrere tage am stück online sein ohne zu schlafen ist logisch also ich werde dann ganz normal 7 8 9 stunden pennen je nachdem wie es mir geht und dann geht es weiter mit dem stream also es gibt sehr viel programm die nächsten tage heute nacht heute abend fangen wir dann gegen circa 20 uhr an mit among us erst mal da könnte dann auch sehr wahrscheinlich mitspielen außer ich mache spontan und streamer lobby glaube ich aber nicht also errichtet euch mal einfach 20 uhr rum circa ein dass ihr mitspielen könnt among us würde mich auf jeden fall sehr freuen wenn wir da eine geile lobby zustande kriegen ich denke mal so bis 24 uhr um werde ich dann immer was zocken ja über die nacht werde ich dann retail level in wo w ja wahrscheinlich auch mit sli-fi und morgen morgen mittag also am montag werden wir dann wahrscheinlich auch immer was zocken der community lobby ist also wird jetzt viel mit der community gespielt auch ne während des 24 stunden streams viel among us eventuell hand showdown wahrscheinlich auch ein bisschen diablo habe ich auch bock drauf ne das ist so bisher geplant es gibt giveaways freunde ihr könnt heute wieder amazon gut haben gewinnen also schaut gerne rein würde mich auf jeden fall sehr freuen wenn er am start wird bei dem 24 stunden stream so weit war das jetzt auch eigentlich gewesen mit dem announcement hier ich habe jetzt eigentlich alles wichtige gesagt also behaltet euch einfach heute 24 stunden stream gekoppelt mit dem sabaton ja also wenn ihr überlegt irgendwie mal zu abonnieren bei mir am kanal weil ihr mir was zurückgeben wollt jetzt vielleicht über weihnachten oder wie auch immer dann macht das auf jeden fall heute schaut heute vorbei weil heute könnte quasi den stream damit verlängern also wenn ich jetzt wandern dann giveaways wir haben heute amazon gut haben raus und ja soweit war hat er dann auch eigentlich genau eine kurze sache noch wir haben hier warte mal da zeige ich euch auch einmal aber hier habe ich schon testweise das overlay eingestellt so ungefähr wird das dann aussehen das hier ist das youtube youtube studios hier kommen ganz viele videos online wenn ihr mal guckt gestern kamen video online hier 44 aufrufe also da könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen hier mira lobby mit west 89 aufrufe und wird kommt halt morgen heute am kommen video es kommt morgen ein video und übermorgen und in drei tagen auch noch also es kommt jetzt jeden tag im video und wenn ihr bock habt zu supporten interesse dann schaut gerne mal hier auf dem youtube channel vorbei also ihr seid ja gerade hier schaut mal in die video sektion und zieht euch mal die streamer lobbies rein das würde mich sehr freuen weil wenn man hier auf monetarisierung klickt und sich mal die voraussetzung anschaut für das partnerprogramm von youtube dann fehlt mir hier noch ein bisschen wiedergabezeit die hälfte haben wir jetzt fast voll also fehlen jetzt noch 2200 stunden und dann kann ich mich als youtube partner bewerben und das wäre echt ein kleiner traum von mir ja mich nächstes jahr vielleicht im ersten quartal oder januar februar mich da irgendwann als youtube partner zu bewerben weil dann kann man tatsächlich auch den content monetarisieren auf youtube und da geht einfach dann so ein zweites standbein für mich auf in punkto fixkosten decken und ja das wäre auf jeden fall ein träumchen vielen vielen dank an jeden der das supportet ihr könnt auch ganz einfach wenn euch die videos nicht interessieren wenn ihr jetzt vor allem wegen ww wegen ww oder diablo oder keine ahnung weshalb hier seid könnt ihr auch wenn ihr zum beispiel jetzt und trotzdem supporten möchtet könnt ihr halt hier auf den kanal gehen ihr klickt einmal auf übersicht oder playlists ja und dann könnt ihr hier quasi among us streamer lobbies könnt ihr da einmal draufklicken ja lasst das dann hier durchlaufen wenn euch die videos nicht interessieren und dann ja später hier halt die videos ab wenn ihr wisst ihr seid jetzt ein bisschen am pc oder so könnte das einfach hier so im neuen tab machen und könnt dann hier in dem nächsten tab hier einfach so weiter surfen so ganz easy peasy ja okay wer bock hat kein muss aber würde mich auf jeden fall unterstützen und da bin ich auch sehr sehr dankbar für ja okay freunde vielen vielen dank bis dato ich freue mich sehr auf heute abend ich hoffe ihr habt bock ich hoffe ihr kommt vorbei 24 stunden stream sabaton giveaways wir spielen mit der community würde mich sehr freuen circa 20 uhr anpeilen okay ich hoffe wir sehen uns heute abend okay macht es gut ansonsten noch schöne weihnachtszeit und einen guten rutsch ins neue jahr wenn wir uns nicht mehr sehen und ich hoffe wir sehen uns dann spätestens nächstes jahr wieder heute macht es gut dankeschön dank für euren support